Ich kann Schwert ziehen? Wer hat denn hier ein Schwert? Lol, die haben kein Schwert? Einfach Traumfahren mit jemand anderem oder so. Jetzt habe ich Gollum getötet. Hä? Wie durchtrenne ich denn die Fesseln? Ist das Feuer oder so? Wenn seine Fesseln durchtrennt sind... Habe ich hier irgendwas übersehen? Ich raff's wieder nicht, ey. Das ist so geil. Komm her, Gollum. Warum hat der denn Fesseln? Warum? Ich muss ja... Ah, zu gut weh. Hä? Also zu... dem Fahrer mir muss ich jetzt noch nicht wechseln. Aber ich weiß nicht, wie ich die Fesseln loswerde. Jetzt bin ich grad voll ratlos, ich schwör's, ey. Du musst im Teil öffnen bei ihm oder so? Willst du das hier so wohl, oder so? Ne, der hat kein Inventar, das ist es. Und der Frodo hat nur seine scheiß Flasche. Der hat noch nicht mehr seinen Mantel. Hä, warum? Hast du Gun-Leute dabei, oder so? Ne, ich hab nur... Some... Ich glaube, ich muss irgendeinen Gegenstand finden, weil... ...über Gollum immer so ein Schwert angezeigt wird. Aber ich hab kein Schwert, weißt du? Versuch, ich hab ein Schwert. Ah, warte mal. Hier ist es ja ganz dunkel. Vielleicht kann ich hier mal kurz Licht machen. Lol. Wann, auf einmal... Ich hab keine Ahnung, wie viele Punkte. Lol, da ist es, glaube ich. Warte, ich hab's, glaube ich, gefunden. Oder ich hab irgendeinen Geheimgang gefunden. Ne, ich hab, glaube ich, nur ein paar Punkte gefunden. Obwohl, warte. Ah, jetzt baue ich so einen Eingang zusammen, wo ich reinkriechen kann. Lol, wie versteckt das war. Das war im Stock finstern. Da muss ich die, die, äh, die Lampe anmachen. Damit ich, äh, die Tür sehe. What the fuck, ey. Das war echt crank. Ach, ich glaube, ich... Ich glaube, ich musste... Lol. Da oben im Turm war eben so ein Ork. Und, äh, da ist jetzt Katapult reingeflogen. Also so ein Stein reinkatapultiert worden. Also der, der Ork ist geil verreckt. Scheiße. Ja, voll interessiert bist du, ne? Da, da. Ich verpasst, dass du gerade was. Igual. Du verpasst was? Ich verpasst, dass... ...der Antwort, der uns geschrieben hatte. Ah, das mit... ...die ist der Ex, das, äh... ...interessiert mich irgendwie voll. Lol, was ist das denn hier? Ein Trampolin, lol. Voll, Infos gibt es noch mehr. Ich sehe jetzt aber, ich hatte gerade... Lol, da außen... Da ist außen, ne... ...ne scheiß goldene Schatzdrohne. Ich komm nicht dran. Will sich verarschen. Wie komm ich denn da dran jetzt? Lol. Ich komm nicht an die scheiß Truhe dran. Was soll die Scheiße? Oh. Jetzt surfe ich hier wieder so sinnlos rum. Bestimmt ist da irgendwo ein Geheimgang. Ist da irgendwas mit das hier zu tun? Mit so einem komischen Rad ist hier, aber das... ...das kann ich nicht benutzen. Ach, scheiß drauf. Ne, ich kann das nicht... Hier ist so ein Brett. Und dahinter ist ein Schalter. Und ich kann das Brett nicht entfernen. Ah, lol, warte. Ich glaube, ich muss mal zu... ...dem Fahrer an mir wechseln. Lol, jetzt kriegt er auch noch Besuch. What the fuck? Leute, schmeißt da irgendeinen Scheiß. Oh mein Gott, ey. Eine durchschnittliche Person lacht etwa 15 Mal am Tag. Lachst du so oft am Tag? Weiß ich nicht. Ich hab eben bestimmt schon öfter gelacht. Aua, Mann! Wichser, fick dich doch da oben, ey. Das ist noch ein Herz, ey. Jetzt muss ich das da hinten abtreffen. Ah, warte mal. Ich hab ne Idee. Lol. Ich hab ne Idee. Keu, es war mir. Ich muss hier rein, gib mir das für Müller mit. Wie geil. Gib mir auch einen, ey. Bring mir die mal kurz drüber. Okay. Lol, ich... Ich hab die... Ich hab's aufgekriegt. Warte mal. Ich glaub, ich krieg gleich die goldene Schatzruhe. Lol, okay, doch nicht. Ich mach grad voll mit dem Bullshit. Gut. Keine Ahnung, was mir das gebracht hat. Lol. Was denn? Eine sauerabische Frau kann sich von ihrem Mann scheiden lassen, wenn sie von ihm keinen Kaffee bekommt. Was? Will Kaffee. Will Kaffee. Kriegst du nicht. Ja, Scheidung. Mach mal geil, ey. Was muss ich denn hier machen? Ja? Was ist mit dem Hirn? Das Hirn der Neandertaler war größer als das heutige Menschen. Ja, trotzdem waren sie dümmer. Ja, stimmt. Das war alles nicht gedacht als größer. Ah, Leute, ich weiß, wie ich da hinkomme. Dafür brauche ich... Ah, jetzt hab ich das Schwert. Alter, wie groß das ist, ey. Das Schwert ist so groß wie der Sam selber. Ah, ich weiß, wie ich da... Da glaube ich da drankomme. Das schaffe ich jetzt noch nicht. Das muss ich beim Wiederholen machen. So, jetzt kann ich die Fesseln von ihm lösen. Da muss ich erst mal eine Waffe finden, ey. Alter, wie groß die Waffe ist, ey. Kennst du von League of Legends hier? Tründer mehr. Die fette Waffe. Das ist ein lange Ding. Wie geil das ist mit dem Klettern. Gollem, gollem, gollem. Hammer geil, ey. Was ist eigentlich, wenn ich hier runtergehe? Lol. Da kann ich doch voll viel klettern. Oh, lol. Töten die mich hier erst mal? What the fuck? Oh, lol. Was ist das denn? Ach so, jetzt können die da durch. Also ich kämpfe mich gerade durch, äh, wie heißt das Kaff jetzt, hab ich gesagt. Äh, Ost-Ost-Gilead, Ost-Gilead, genau. Ähm. Okay. Ja, muss mich, muss mich... Ja, ja, klar. Ich mach ja eine Mission. Lol, das weißt du nicht? Ja, doch. Kann ich die abschießen? Lol. Ich lebe etwa genauso viele Hühner wie Menschen auf der Erde. Was ist? Ah, ja. Es leben etwa genauso viele Hühner wie Menschen auf der Erde. Ich hätte gedacht, viel mehr. Ich hätte gedacht, viel weniger. Warum? Kann ich nicht. Ich seh so selten Hühner. Ja, aber die ganzen Massenzüchter-Reider... Ja, das stimmt. Toll. Äh, 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 Alter. Gift, Zahn, Pasten, enthalten, Frostschutz, bitte. Lol, da unten ist schon wieder... Ach so, da komm ich erst durch, wenn ich die scheiß Nass-Zier-Klinge habe. Ich seh schon wieder ne goldene Schatzlust. Das ist zum Kotzen, ey. Wenigstens überseh ich die nicht. Dafür mein zweites Mal. Ja, genau. Wenn ich's nochmal mache. Haha. Bestimmt, ey. Muss ich denn hier machen? Ach so. Ja, okay. Dann weiß ich Bescheid. Nice. Geil, der hat ja sogar ein Schwert. Gollum, Gollum. Voll geil, hier kann ich jetzt voll viel mit Gollum machen. Das ist so fett. Ja, hast du Feuer und ich mach mit dir, ne? Was? Oder konntest du nicht wie machen mit dem Feuer? Ne, ich konnte ihn gar nicht steuern. Das ist das erste Mal, dass ich ihn steuern kann. Ich muss ja einmal gegen ihn kämpfen. Und, also ihn zähmen. Okay. Ja, bitte, Pflicht. Genau. Oh, hier brauch ich Feuer, Leute. Ich glaub, das muss ich hier runterschieben, oder? Ich weiß es grad nicht. Wie kann ich ihn da oben hoch? Was war das denn jetzt? Lol. Ich schub's einen riesen Felsen runter, ne? Und unter ist dann, unten entsteht dann ein Erdhaufen. Oder irgendwas zum Pflanzen. Okay. Voll logisch, oder? Sowieso. Ich weiß grad, wie komm ich an die scheiß Pflanzen da? Stimmt, das ist gleich. Ich find die Trampolin-Pflanzen voll geil, ey. Geil, ey. Läuft, was ist da denn da hin? Deine ersten Versuch mit der Trampolin-Pflanze. Oh ja, obwohl das eigentlich voll simpel ist, weißt du? Und ich verkackele grad nicht, sondern ich guck, da hinten ist irgendwie so eine komische Flagge. Ich will das mit dem Controller mal ab, ne? Muss ich die auch abschießen? Ja, ja, ist viel geiler. Mist, ich komm da nicht dran. Vielleicht komm ich da gleich hin. Mit Controller ist so, finde ich solche Spiele echt voll lässig. Das macht voll Bock. Stimmt doch einfach. Tastatur, keine Ahnung, ist irgendwie voll komisch. Hat der Gollum mit Fisch dabei, lol? Der hat immer was zu essen dabei, wie geil. Oh mein Gott. Na, ist cool. Oh, jetzt muss ich ihn, glaub ich, abschießen, oder? Warte mal. Verpiss dich. Komm ich doch wieder runter? Guck mal, warte mal. Also ich bin mir jetzt eigentlich relativ sicher, dass ich nicht so viel übersehen habe. Bisher. Oh, da ist ne goldene Schatzentruhe. Ich will die haben. Und ich komm nicht hin. Ich will sie verarschen. Hä, was ist das für ein Bug? Ach, das... Hä, wie komm ich denn da hin? Das ist ne Wand dazwischen. Das ist so eine Verarsche, ey. Vielleicht kommst du ja später da hin. Soll ich ein Geheimgang oder? Das regt mich immer voll auf, ja. Den ich wahrscheinlich nicht sehe oder so. Ja. Was ist das denn hier? Ja, liebe Frauen. Wusstet ihr schon? Die meisten Lippenstüffel enthalten Fischsucht. Alter, lecker, ey. Kugel dann in Zeitlupe gezeigt wird, wie die da so am Fliegen ist. Wie bei Matrix? Ja, genau. Richtig. Das war jetzt grad hier auch so mit dem Pfeil. Wie bei Legolas. Leute, was ist das denn hier? Hier brauche ich Gimli. Ich habe auch kein Gimli. Am Arsch! Ach so, dann kann ich erst da runter. Oh mein Gott, ey. Ich habe jetzt schon so viele Sachen entdeckt, wo ich jetzt gerade nicht drankomme. Oh. Das ist zum Kotzen. Finde ich schade. Also ich fände es geil, wenn man vielleicht doch alles erreichen kann bei diesen Spielen in der Mission und nur wiederholen muss, um, äh, lol, kann Gollum angeln? Nur, nur wiederholen muss, weil man halt nicht alles gekriegt hat, weißt du? Aber hier ist man gezwungen, äh, Taste 1? Was ist denn Taste 1? Muss ich gerade mal gucken. Ach so, ja, genau. Ich angle gerade mit Gollum. Weißt du, wie das macht? Der hält einfach die Hand, der hält einfach die Hand, äh, ins Wasser und sucht nach Fischen. Okay. Jetzt ist er, jetzt ist er ins Wasser gesprungen und hat, lol, jetzt hat er kein Fischgericht, sondern irgend so einen komischen, irgendwas, so einen komischen Kurbel, weißt du? Ja, voll geil. Hörst du die? Ja. Voll episch, wa? Ja. Scheiße, was muss ich denn jetzt machen? Das komm ich wieder nicht weiter. Ah, lol, jetzt geht's hier weiter. Ah, lol, ich brauch da wieder mal Sprengpulver, ey, man, ich hab das immer noch nicht. Und wie komm ich da hoch? Komm ich da auch nicht hoch. Alter, ich hoffe, ich erreiche überhaupt den wahren Abenteuer, ne? Ja, ich müsste ja auch immer da was gehen. Denk mal. Aber ich raff das gerade nicht, was ich hier machen muss, schon wieder. Das ist der Hammer. Wolltest du nicht einen Cut machen? Ne, vielleicht ein andermal. Jetzt komm ich immer so raus. Hatte ich mal überlegt, ja. Vielleicht mach ich das ja auch irgendwann. Ähm. Scheiße, wie mach ich denn das jetzt? Ach ja, warte mal, ich hab ja hier... Oh mein Gott, ey. Ich hatte ja noch was zum Buddeln, ey. Ah, jetzt komm ich weiter. Oh mein Gott, ich bin ja so blind. Komm, streng nicht an, Sklave-Gollum. Oh, ich hab noch nicht mehr die Hälfte an den Punkten, die ich bekommen sollte. Das ist so ätzend. Aber ich glaub, du hast alles eingesammelt. Ja, alles was ich gesehen hab. Ich glaub aber eigentlich, ich bin einmal gestorben, das ist eigentlich nicht so dramatisch.